Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, zu meinem ersten richtigen PC-Spiel, zu Blameless. Ja, genau, Blameless, ein Spiel, was auch schon von manchen gespielt worden ist. Ich habe einfach immer Lust, ein PC-Spiel zu Beginn allgemein mal hinzuzufügen, dass wir in der Liste mal PC-Spiele mit auftauchen, und deswegen hast du gedacht, ich bin zuerst Blameless, aber wir wollen mal ein neues Spiel beginnen, ein neues Spiel starten. Ich habe immer noch ein paar Sachen, die er in der Liste war, und ich habe immer noch eine Art und Weise gespielt. Ich habe schon ein paar Ideen, aber es war schon ziemlich früh, aber er hat mir gesagt, dass ich auf mich zurückgekommen habe, das gleich Morgen. Ich habe versucht, zu verabschieden, weil ich nicht wollte diese Offer verlieren. Ich bin da mit meinem Auto. His house was all the way over in the suburban area, quite remote, but with other houses nearby, a quiet place. The man met me at the front gate. It was a temporary fence, and the gate was made of rotting wooden planks. He started showing me around the yard. It seemed weird that there was a large garbage container blocking the way, so we had to go through the garage to get inside the house. He took me through the rooms, so I started looking around. At one point, I saw a stain, and at first glance it seemed like brick dust. But then I realized it was blood spilled on the floor. I thought that maybe there was another worker who got injured, so I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. Before I could defend myself, he hit me in the head. I must have passed out. I don't know how long I was out. When I woke up. Okay, yeah, if you look at the black edge. Actually, I just sent the new OBS down. And I have to first get rid of how it works. I can see how the game is done with the game. So, now with the game. So, with the game, how it works. And the technique is just a freeze, right? That's right, right? That's why the game is sometimes freezed. I mean, the game is sometimes freezed. Ja, dachte ich mir doch. Enter. That hurt. Oh mein Gott, wo sind wir denn? Wo sind wir? Blut? So. So, was sind wir da? Sandy? Hey. Na, schade. Wer hätte hier Hilfe rufen können? Nein. Natürlich nicht. Was kommt eigentlich hier alles zu machen? Äh. Ah. Was sieht denn, was das schön ist? Kann man was reinlegen? Eine Stange. Oh, es kommt schon, was wir machen müssen. Aber, ob er es schafft, so mit seiner puren Hand, mit der puren Hand das zu drücken? Es ist zu schwer für den. Okay. Und da ist ein Kabel. Fiel da lang, da lang. Eine Lampe. Und ein Rohr. Okay, Lampe. Ich glaube, das Rohr können wir ja mal gebrauchen. Weil, ich glaube, mit dem Rohr ist es bestimmt stark genug, um das hier zum, naja, zum Umschieben. Ja. Und weg damit. Wollen wir mal die Tür öffnen. Weiter geht's. Und. Mal sehen, ob es zur Tür da passt. Das ist eine gute Frage. Warum sollt ihr jemanden einfach einsperren und einfach das nicht... Seht ihr das? Fragezeichen. Und. Ich kann mir bedenken, was man machen muss, oder? Was? You are free? Shit, it's dark. Okay, jetzt zählt zum Docken. Natürlich regnet es. Okay, was vorerst. Eine Brieftasche? Ja, natürlich, ein Speicher-Symbol. Okay, jetzt kommen wir nach. Bischrausweis. Ja, wie kommt sie hierher? Das ist eine gute Frage. Woher kommt sie denn her? Was? Woher habe ich... Ich glaube, das Brett lag hier. Ich kann nicht die Wände zugreifen. Ich habe die Macht. Ah, was haben wir denn das so schönes. Ich kann mich, wenn ich es machen muss. Gib her. So, wollen wir mal schauen, wo es denn da weitergeht. Wollen wir das erste mal öffnen? Erste. Das zweite. Und raus hier. Geh an, Dicht. Geh an. Danke. Warum ist die Tür zugegangen? Warum ist die Tür zugegangen? Wo muss man heute hinlang gehen? Was wir hier haben? Ihr könnt es nicht öffnen. Okay. Aha, perfekt. Aber ein schönes Haus, muss ich sagen. Aber warum? Was? Komm mal, jetzt ist es. Es ist aus, die Lampe und so ist die Lampe an. Was haben wir denn da? Was? Äh, ich verstehe, wir haben nichts gesehen. Doch, jetzt kommen wir so auch so. She's, she's dead. Oh mein Gott. It's dust. Similar to what I found upstairs on the floor. She was being dragged over here through the house. Was hat sie denn? Ein Schlüssel. Den wir noch brauchen werden, wahrscheinlich. Und... It's the address of this house. Is she invited here too? Gute Frage, wurde sie hier eingeladen? Ich hab bisschen Angst. Wer ist dieser Typ? Okay. I don't know the house. Was hat sie denn hier für die Tür, oder? Haa. This is the way out. Schauen wir uns mal hier um, mal was das ist an das für... Ah. Der Leiter. Okay, gut. Ich kann aber so rausspazieren. So, die Leiter wird definitiv hier herangebracht, möchtest du was sagen, ja, und wollen wir da hinaufklettern, jetzt kann man rausgehen, wow, Jesus, waaah, lauf, lass mich ruhig, 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 Das ist was passiert. Er war mir mit einem Räumen in seiner Hand. Er muss sich schlafen, als er die Polizisten kam auf die Gate. Herr Malcolm, wir haben das Haus gesucht, und wir haben keine Wahrheit gefunden, zu sagen, dass es ein anderer Mann war. Nein, 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 er war da. Er war der Verkaufst. Er war der Verkaufst. The former owners sold the house due to personal financial problems two weeks ago They moved to a different town on the other side of the country The private company who owns it now proved all their employees were off site Having a team building activity that night How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there I heard you Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house And suspicious person moving on site They gave us your description They never saw another man How could that be? This doesn't make any sense Let's cut the crap What? It does make pretty clear sense to me I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here Everything suggests that you murdered that woman No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands You had the victim's wallet in your pocket Wait And the officers caught you fleeing the crime scene You, no one else Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? I don't know why you murdered that woman But I'll guarantee you're never getting out You're going down, Mr. Blameless You're going down, Mr. Blameless They make more of such games I hope And, as I said The game really made fun You download it It's free to 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 download it And... Yeah! I would say We'll see you next time Endcut That's how it all began for me And it was far from over Okay... It was not over Maybe... Maybe Blameless 2 Or... I don't know... A little improvement That's what we'll see But... We'll see you next time So... There we have here We'll see you next time And... I hope The first PC-City That's how it was You can always like You can always like Give us a thumbs up If it's really liked And... Until next time Or... Today... You can always like this And... If you like this If you like this If you like this And... See you next time And... Bye... 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 Bye...